Okay. Okay, 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 okay. Dawn hat wieder Gift abgekriegt. Sie muss fallen. Ja, Aschari ist gefallen. Rückzug. Naja. Gucken wir mal, was hatte sie schönes dabei? Ein Schutzumhang? Goldener Gürtel. Trägt jemand noch keinen Gürtel? Ja, gut. Dann trägst du jetzt den. Wir haben definitiv zu viel Zeug. Ring des freien Handels. Hm. Ja? Oh, ein schöner Streitkolben. Worum geht es diesmal? Den Streitkolben hätte ich gern noch. Das ist einfach nur ein Streitkolben plus zwei. Juhu. Ja? Wie ihr wünscht. Ja, der Kreuzzug flüchtet. Flüchten sie auch hier oben? Kreuzzleiter fliehen einst um den Gruppen. Okay, nicht gut. Einmal Dorn. Oh, und ich bin verlangsamt. Mann, was hier Tränke rumliegen. Ah, Gott. Muss ich mich jetzt nochmal zurückfallen lassen? Wo ist unser Kommandant? Oder muss ich wirklich erst die da oben ausschalten? Oh, das war mal, das habe ich noch gar nicht abgegeben. Danke, ich dachte, ich hätte es für immer verloren. Ich habe aber nur wenig Zeit zum Reden. Es gibt da dringend Angegenein. Ich nehme mir nicht an. Ich kann euch um eure Hilfe bitten. Ja, wie kann ich helfen? Ich bin nicht derjenige, die Hilfe benötigt. Wir sind genau genommen mein Vater. Bevor wir in den Innenhof eindrangen, erfuhr ich, dass ein Teil der vorangehenden Truppen von Soldaten war, die gefangen genommen wurden. Ich hatte gehofft, ihn zu finden, aber es gibt bis jetzt keine Anzeichen. Ich bitte euch, dass ihr unter den Gefangenen, die ihr findet, auf meinen Vater achtet. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich habe mir zehn als verlorenes Amulett zurückgebracht. Ich werde mich in Hand umdrehen, darum kümmern. Ja, hier liegt so viel Zeug rum. Also ja, ich kann durch die Bresche mal reingehen. Da sollte das Gefangenenlager sein. Okay, da ist noch gar keine Bresche. Ich werde euch in Hand umdrehen. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, das hier lässt sich öffnen. Töne die Kreuzritter, vernichtet sie. Ich habe die Trolle befreit, damit sie Rache an den Kreuzrittern üben. Ah, hätte ich vielleicht früher tun sollen. Okay, das war's. Oder ich muss einfach hier zur Tor, oder zum Tor. Hear me, people of Waterdeep, of Daggerford, and Baldur's Gate. Heed my words. I am not your enemy. Have none among you lost a mother, a father, a sibling, a loved one lost to a cruel and unjust fate. So it was for the victims of the Dragonspear Wars. Too many dead, their souls dragged to Avernus, lost forever. An nicht jeder von euch eine Mutter, einen Vater, ein Geschwister, einen geliebten Menschen durch ein grausames und ungerechtes Schicksal verloren. Sondern ging es auch den Offen der Drachenspeerkriege. Zu viele Tote, deren Seen nach Avernus gezerrt wurden. Für immer verloren. Zumindest haben wir das geglaubt. Dann entdeckte ich die Wahrheit. Ich sage euch, die Toten der Drachenspeere sind nicht verloren. Ich werde eine Armee nach Avernus führen und sie zurückholen. Wenn ihr es wollt, aber lasst mich gehen. Lasst euch diese Gelegenheit nicht entgehen. Lasst die Teufel nicht mehr nehmen, als sie ihnen zusteht. Schließt euch mir an. Zusammen können wir ein neues Zeitalter herbeiführen. Ein Zeitalter des Friedens, der Gerechtigkeit, der Erleuchtung. Ihr reden wird von Frieden und Gerechtigkeit, aber euer Kreuz zu Karnis als Chaos und Zerstörung hinterlassen. Beendet diesen Wahnsinn, Kehla. Ergebt euch jetzt. Ich wünsche, ich könnte euch glauben, Kehla. Ehrlich. Frieden und Gerechtigkeit sind schön und gut, aber ich werde mich rächen, bevor das hier beendet ist. Ihr hättet mit mir im Licht reden können, aber ihr habt stattdessen Blut und Dunkelleit gewählt. Dafür werdet ihr bezahlen. Ich bin zurück im Lager und betrinke mich, bis ich umfalle. Hix, haha. Okay, noch mehr Busch. Also was zu sagen, die Lancy? Der Tag ist noch nicht vorbei, bis Kehla in Ketten liegt. Dann haben wir noch einen langen Tag vor uns. Was bleibt noch zu tun? Corporal Duncan hat ein Team von Soldaten in die Koppel. Es ist die einzige Weg, um sie zu fliegen. Glücklich haben unsere Magier schon den Ausgang zu den Untergrund-Kavernen gefunden. Corporal Duncan hat einen Trupp Soldaten in die Festung geführt. Das ist der einzige Fluchtweg. Zum Glück bewachen unsere Magier den Ausgang zu den italienischen Höhlen, die ihr entdeckt habt bereits. Sie wirkt auf mich nicht, wie jemand, der fliehen würde. Glaubt ihr wirklich, sie würden versuchen zu entkommen? Für mich wirkt sie eher wie jemand, der lieber mit einem großen Knall untergeht. Findet ihr nicht? Dies verwandelt einen Menschen schnell in einen Feigling als eine Niederlage. Wenn Kehla nicht versucht zu entkommen, dann werden wir sie in die Enge treiben. Meilt umsicher den Innenhof, während die flammende Faust in die Burg vorstößt. Ich glaube, dass Corporal Duncan selbst nach Kehla sucht, wenn ihr ihn einholen wollt. Das könnt ihr mir über die Verteidigung der Burg erzählen. Ich weiß nur, dass die äußeren Eingänge von Schutt blockiert sind. Doch unsere Truppen scheinen über das Dach einen Weg hineingefunden zu haben. Sucht und tut, was getan werden muss. Ich sorge dafür, dass der Rest der Burg gesichert und der Kreuzung eingekesselt werden. Nun geht. Obwohl er seit Jahrzehnten droht ist, strahlen die Überreste des roten Drachen in die Burg Gefahr aus. In dieser Burg Gefahr aus. Ja, das wird wohl der Weg hinein sein über den Drachen. Das ist echt ein alter roter Drache, ey. Hier oben wohnen sogar Britschen und alles. Ah, da wird Dossier. Dossier könnte Dorn nochmal heilen. Also ja, hier scheint der Eingang zu sein. Theodossier, die Ungepeinigte. Also ja, jetzt wo man sich so ansehen kann einigermaßen. Ist das doch echt eine totale Verwüstung hier. Aber es war mal eine Burg, die man heiligen konnte. Das konnte Kayla auch immer noch. So, wir sind wieder. Okay, wir sind hier nicht im Keller. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ey, lass jetzt was von dem Schatz für mich. Ey, Belgram. Können wir hier handeln? Gott sei Dank. Können wir uns nochmal leer machen hier? Also daher stimmt, das war ein Dings, ein verfluchter Gegenstand. Okay. Und dann, die Eingang zu machen.